ja halli hallo und ein herzliches willkommen hier zurück zu xenoblade chronicles 3 so wir nähern uns mit großen schritten den letzten kapiteln und ich würde sagen dass er machen wir weiter mit der hauptmission und da all done wow amazing okay i'll back see the next one i even brought the materials and stuff make me something mega cool yeah sure what kind of blade do you want sword gun fists okie dokie hey hm if we didn't have to fight each other you think that could have been urine uran did you ditch training again just to work on this stuff did not i'm not skiving i just had a bad headache i gave notice to excuse me no one did that for you right i'm used to doing it okay it's done hold on is that who's that plans this one's uni and this is noah hey that looks just like me good job matey huh i love it urine uh yeah yeah we don't have your talent all we can do is slash and shoot each other but you create things hey so who's this we know someone like that looks like a real tough fella um that's uh it's me what this is you it looks nothing like you yeah but like that's what i want to end up like someday silly huh it's not silly i believe in you i've seen exactly what you can do you think he's got what it takes you're talking out your bum no i'm not he can do it right you're i'll try then i'll try really hard he looked up to me man smiling sometimes it's hard to judge huh what we're supposed to be protecting it all gets a bit blurry yeah even so his smile was the real thing we should cherish that next time we'll think twice about who really needs punching yeah yeah i hear you i θα you i yeah that's i i i i i i i so you saw it huh your husk your own lifeless husk you've come across it how did you your eyes you looked like you were gazing into your own past that's crazy live long enough and you learn how to figure out stuff like that oh it hasn't been as long as you think but folk do tell me i'm pretty sharp how come you don't wake these guys up can you use the help or is it because they'd just be mobius fodder they can't be fodder if we wake them up here they'll be freed from the shackles of the flame clock so why then because this is our fight we don't know how long it'll take and their lives are short so you don't want to get them mixed up in everything that's one reason and the other people need to learn who they really are what they have to leave behind for posterity i want them to wake up in a world that affords them that chance how do we discover who we really are that from the husk yeah you won't find yourself there huh you've got to look to the present and the future only the one in the past it isn't you you didn't make that and it's not yours make that but look to the future and you can build yourself up however you like you can become whoever you want to be i can you've got the power to do so be true to yourself thank you that's well that's what my dad always said your dad but it goes for you too true to myself we'll see really did you seriously just burn your tongue again oh ah you saw that well your soup is one of the highlights of my day really whoa thanks i'm flattered it was just the truth want some to taste test for real good thing i got off early you enjoy cooking oh it's been drilled into me it's a ritual now can't really start the day without making a pot i get you two months huh since that battle yeah you're tough no joke eh we heard from uni that you're just like us oh that part i've been plodding along playing it all cool but when we saw him again i thought nah snuff all of this i'm scared too just so you know since monica told us the whole truth i've hoped no i'm sure i'll see me abby again i'm so sure of it hard wasn't it hearing that yeah but it sure beats ignorance that's what noah thinks too you're hard as nails what we don't know might as well not exist it's an obvious way to think but it isn't right closing my eyes doesn't mean evil disappears and so you go on yeah i'll keep going while my flame still flickers to the bitter end with all of you you said it es kam eine nachricht von monica ja das schiff ist fertig so man hat wohl wirklich tag und nacht für uns durchgearbeitet dann kann die mission ja alles gehen alle vorbereitungen sind abgeschlossen wir sollten sommern am hafen aufsuchen na gut dann geht's ab jetzt ich nehme mal an ich kann schnell reisen wo dann hoffe ich mal dass das jetzt gut geht aber wahrscheinlich nicht okay da haben wir gleich noch ein neues gesprächsthema aber ich würde sagen los geht's so man hat schon auf freunde gewartet neues schiff ist fix und fertig wir verlassen uns auf euch bitte holt gondor da raus das heißt du kommst nicht mit das ist nicht die einzige mission mit der sich die verlorenen im moment befassen ich glaube ihr werdet gut ohne mich zurecht kommen aber wenn ihr wollt kann ich euch auch begleiten ich würde aber nur ein stück weit mitkommen ins lager müsst ihr euch dann ohne mich einschleichen jansen du leitest die infiltration roger kommt uns dabei bloß nicht in die quere ihr möchte gern oroborus ja kommt ihr mir nicht in die quere bei den kämpfen ja macht euch mal lieber um euch selbst zeugen genau so sieht's aus sagen wir mal erläutern sie bitte den weg auf den schiff erläutern sie bitte den weg der auf dem schiff zurückgelegt werden soll ja wie schon gesagt müssen freunde auf grenzgängerinnen durch rfr meer schippern bis zur lager direkt unter schloss und der schwarze nebel soll dabei unsere anfahrt verschleiern aber nur kommt wichtigster punkt insel ist rundum von steil klippen umgeben grenzgängerinnen ist rein das wasserfahrzeug kann keine klippen erklimmen freunde müssen danach aus eigener kraft weiter also müssen wir irgendwie die klippen hochklettern ohne dabei entdeckt zu werden irgendwie hochklettern ist gut nein das dürfte unmöglich sein das lager gehört zu schloss agnus somit dürften auch die sicherheitsmaßnahmen streckter sein als in jeder kolonie darauf kannst du gift nehmen deshalb solltet ihr vor der fahrt zum lager auf windsor kalt machen dort ist unsere schuld ist eine unserer soldaten untergetaucht sie heißt kisame die einzige person die je vom hügel der hoffnung entkommen ist du meinst also wenn wir sie über ihre flucht befragen bekommen wir vielleicht eine idee wie wir dort eindringen können wenig sagt ist ohnehin auf dem weg die fernkommunikation ist zuverlässig das ist da ist es einfacher dort vorbeizuschauen verstehe das wäre alles macht euch so schnell wie möglich zum aufbruch bereit ok ja danke na das hehehe saman hat jetzt pausenlos gearbeitet braucht dringend pause sonst explodiert kopf und wer übernimmt dann das steuer saman hat gebrauchseinweisung für schiff an ihres von freunden geschickt kann also machen wer lust hat aber bitte aufpassen wer grenzgängerin zum kentern bringt den verfolg dracht dürstiger saman bis ans lebensende na da hat man ja richtig lust auf die rolle als steuermann freunde zu folgen na gut dann muss riku ran kriegst du das hin ist bestimmt leichter als lefnis fliegen riku waren unsere kolonie-mechaniker müsst ihr wissen so was hat er im schlaf drauf hoffe ich zumindest sehr vertrauenserweckend ja riku ist bestimmt naturtalent wir müssen gondor aus dem lager wollen das ist die einzige möglichkeit die wahren königinnen zu finden wir werden das schaffen koste es was es wolle drücke in der nähe um ein bord zu gehen mit zr fährst du vorwärts ok gut na dann du musst ja noch selber fahren du musst ja noch selber fahren na ja das kann irgendwas werden auf Untertitelung des ZDF, 2020 Ach da! Meine Güte, ey! So, dann nehmen wir doch mal den Container gleich mit hier. So, irgendwo da oben sollen wir hin. So, dann nehmen wir doch mal den Container. Und es macht es leichter, zu schlagen. Es könnte eine strategische Entscheidung sein. Niemand da. Genau. Das ist zweifelsohne der vereinbarte Treffpunkt. Ich muss den doch bestimmt gleich retten gehen, oder? Das ist schön. Das ist meistens wegen ihrer Pharaonist-synchung. Sie schlagen. Es ist schwer, ihre Leben mit einem Blatt zu schlagen. Soll es so sein... Ich glaube, es ist ein bisschen offensichtlich, oder? Ja? Ein bisschen ironisch. Das ist, warum es noch so sieht so pristine. Die andere halbe meiner Meinung ist. Oh. Wir sprechen jetzt über das? Über warum ich hier bin, ja. Right? Ich hab dir gesagt, es war eine zweite halbe. Hm? Es ist du, Mio. Ich? Was? Du... Du willst ein印象... ... auf uns. Auf uns. Auf uns. Ja? Ich kann nur eine Frage nach dem, was du es wäre. Und dann bin ich nicht überzeugt, dass ich es richtig wäre. Aber... Lass mich nur sagen. Du hast nur ein bisschen über ein Monat left. Wir können nicht das Thema ändern. Es gibt dir nicht viel Zeit, um deine Marken zu verlassen. Wenn... ... es gibt irgendwas, was ich tun könnte, um dir Zeit zu geben. Wenn es in meinem Macht wäre, würde ich... Nicht nur ich. Senna, auch. Und Noah. Wir alle denken das so. Mio? Sparks. Du machst mich hier ab, Mann. Oh, sorry. Das war nicht meine Intention. Nein, danke. Nimm, was er macht. Huh? Ja? Du bist sogar nett mit Uni. Und so. Oh. Oh, wirklich? Ich habe nicht gedacht. Ich habe es nicht gedacht. Ich habe es nicht gedacht. Ich habe es nicht gedacht. Wenn wir uns einen von diesen Trenn aussehen sehen. Okay. Ich habe es nicht gedacht. Ich hoffe, das ist eine großartige Idee. Ich glaube, das ist eine großartige Idee. Vielen Dank.